äh wie war der jetzt nochmal da oben? was ist die Uhr? warte, warte, ich hab's gar nicht, C C? äh, will das die mich verarschen? nein oh ja, genau das Teil vor dir das war das Teil vor dir, was du machen hast ja toll, zeigen wir's dir an war doch, da war ein Symbol davor und hier war das Ganze auf dem Pad drucken, druck ich will sehen wird aber nichts angezeigt schade schlecht naja was ist das denn? so ach du Scheiß, okay ich hab halt Motivationsprobleme begib dich zu deinem Schiff und häng sie überall auf hier, nimm die Poster und die Lieferscheibe ah, komm, wir nehmen das hier so, ähm, dann wollen wir mal die Dinger austauschen so ich hör kaufe ich das direkt oh nein, ich drück immer F ich auch ich drück immer F ich drück auch immer F, das ist das Problem ja ja jetzt nimm das Paket mit dem Plakaten an dich let's go wo müssen wir hin? da sieht man eine Avakata rechts rum auf jeden Fall ach, dauern ganz unten hin jetzt da routine jop 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 jopp jop 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 durch die lava nein doch ich glaube du laufst sowieso falsch lang ich habe gegen am arsch ich glaube da kommt man nicht lang wo man gerade lang nein kommt man nicht und wir springen genau in die lava da bist du ja auch hallo ich bin gerade der menschen hinter uns mit machen der was schönes ach quatsch es war doppelwaffen ja guck dir das riesen 4 an egal jetzt automatisch was doppelschuss das beeinflusst alles stand bei mir auch an der fähigkeit das kann alles beeinflussen was ist denn mit den dingern hier los alter mal co2 geht runter wenn ich schaden bekomme es gibt es jetzt was gibt es jetzt auch kombiniert es wird heftig ich brauche viel luft zwischendurch ja das macht mein kleppscherp macht alles hier alter muss mittlerweile die waffen wechseln ja wieso weil ich meine sniper auch keine muniz mehr hat ja mach ihn alle komm mach ihn alle keine munition mehr letzter schutz keine munition mehr ach komm hier ja ja ich hab hier vorne noch mal das problem weil ich ja alles voller gegner krieg grad boah wie übel die ganze munitionsverbrauch ja ist es auch dafür kann ich aber nichts vor allem kannst du nicht aufhören zu schießen ich glaube du wechselst dann muss automatisch auf eine leere waffe wechseln ich brauche erstmal sauerstoff alles gut wir sind er da wieder muni wollen wir das langsame nachladen ne mhm du killst die fischer und dann kommen kleine scheißviecher da raus komm geht doch weiter zurück geht doch nicht weiter dahin wer du kommst du rückwärts einfach ich hab jetzt gern und ich hab null munition mehr doch jetzt wieder bis zum munition äh hätte es dort aber ich habe ich auch harry geschwindigkeit kann hatten schaden ladegeschwindigkeit maximale gesundheit mal hoch und das und dann alles auf geschwindigkeit mann 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 schon wieder 38 minuten naja eine stunde war zu überraschung aber es gibt kombinationen alter es gibt so viele kombinationen jetzt wie ungemein die dinge helfen ja ich hab dich ausgewählt die fischer nerven ich immer vorbeischieß den neuen punkt verteilen hier spricht kann nichts denn das stirbst und stirbt gar nicht ernsthaft geschafft wir haben es auch geschafft ich habe wieder im arschstück für euch klappt webs schild voll gegner voll mini mechner magiker nein wie geil ist das denn mancher sieht man egal wo man hinschießen muss aber lassen sich so lange aufnehmen aber ich will aufnehmen ich hab bock wir werden so lange aufgeheilt habe ich gesagt moment bevor wir durchgehen warte 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 koppel ist hier doch nur ja mich stört das nicht auch nicht wo ist das ziel da auch drin ok lege die dinge vor einfach so tötet die reise ich bin froh die kannst du nicht ich habe ja noch eine sauer